So, ich bin Martin Schmidt. Ich bin der Besitzer von Burghammer Kräuterhof und wir gehen auf verschiedene Märkte. Das heißt jetzt zum Beispiel hier auf dem Freiburg Kammer zwei Wochenmärkte, dann gehen wir noch auf Jahrmärkte und gehen noch auf Messen. Der Burghammer Kräuterhof ist ein Betrieb am Kaiserstuhl, der also so alles was um Tee und Gewürze geht ätherische Öle anbietet. Untertitelung des ZDF, 2020